Max Nagel Vier Meistertitel bei den ADAC MX Masters und 2024 auf dem Weg zum dritten Titel in Folge. International erfolgreich mit einem ersten Platz bei den Motocross of Nations 2012, Vizeweltmeister im Jahr 2009 und zahlreichen WM-Sieben. Nagel mit der Nummer 12, einer der erfahrensten und erfolgreichsten Fahrer im Feld der MX Masters. 2024 wechselt für Nagel und KMP Honda Racing die Rolle vom Jäger zum Gejagten. 2023 holen sie zusammen erstmals seit zwölf Jahren den Titel zurück zu Honda. KMP Honda Racing seit 2016 das offizielle Honda Team rund um Teamchef Alexander Kark, Ex-MX Masters Fahrer mit Vision und Zielstrebigkeit. Nagels Teamkollege Jordi Tixier mit Weltmeistertiteln in der 125er und MX-2-Klasse, Motocross of Nations Champion und zweifacher MX Masters Titelträger ist eine weitere Top-Verpflichtung bei KMP. Zur Saisonhälfte reist das Team zum fünften Lauf in Tensfeld, um die Führung in der Fahrer- und Teamwertung weiter auszubauen. Die Strecke in Tensfeld ist sehr anspruchsvoll, ist eine tiefe Sandstrecke. Gefällt mir eigentlich ganz gut, weil ich lebe ja seit vielen Jahren schon in Belgien, da ist ja alles im Sand. Strecke fährt sich auch sehr aus, ist auch technisch sehr anspruchsvoll und vor allem für die Kraft und Kondition für die Fahrer ein sehr schweres Rennen hier. Also wir sind das erste Mal jetzt vor Honda oder generell das erste Mal Masters Sieger geworden, Gesamtsieger mit Max. Für uns war das natürlich erstmal ein neues Erlebnis. Über das Jahr weg war das eine ganz andere Herausforderung als vorher, weil wenn du dann das verfolgte Team bist, baut sich nach und nach immer mehr Druck auf. Das ist nicht so, dass man einfach nur Einwalddruck hat, sondern der baut sich stetisch aus und das ist schon eine Belastung, wo du dann aufpassen musst, dass es nicht kaputt geht. Boah, also dieses Jahr, 2024 muss ich sagen, ist ein sehr gutes Jahr. Bis jetzt läuft es sehr gut. Ich bin wirklich zufrieden. Wir konnten bis auf einen einzigen Lauf alle Laufsiege holen und somit auch alle Overalls gewinnen. Das ist schon was Spezielles. Das habe ich vorher selber auch noch nie geschafft, ehrlich gesagt. Es läuft gut, aber wir haben auch dieses Jahr vom Motorrad zu mir absolut perfekt aufgestellt. Die CAF 450 ist hier das Mittel der Wahl, um Seriensieger einzufahren. Mit hauseigener Motorenüberarbeitung von KMP Racing, Kayaba Factory Suspension, verstärkten Rädern, Suterkupplung für mehr Biss, geänderte Auspuffanlage und verbesserter Kühlung. Für Nagel kein unbekanntes Rezept, als er 2023 zurück auf Honda wechselt. Man hat immer am Anfang, wenn man neues Motorrad fährt, wieder viel Testarbeit. Man muss ja, bis man seine ganzen Einstellungen mal hat. 2022 war ich noch in Husqvarna unterwegs und dann bin ich zurück auf Honda. Ich war ja schon 2013 und 2014 auf Honda, damals im Werkstum von HLC und somit, klar, waren viele Jahre dazwischen. Aber ich wusste es ja von damals noch, dass mir das zugute kommt. Auch die Honda ist ein bisschen ein kleineres Motorrad und ich bin ja körperlich sehr klein. Deswegen kam mir das auch eher wieder zugute und ich habe mich richtig darauf gefreut. Jetzt sind wir im zweiten Jahr und dann hat man einfach seine Basis und dann kann man sich auf die Feinheiten konzentrieren. Und dann hat halt das ganze Paket schon Stück für Stück noch zum Verbessern. Also generell bin ich eigentlich vielleicht ein Honda-Fan, weil das Motorrad an sich erstmal unheimliche Qualitäten aufweist in Haltbarkeit. Das macht eine CRF aus. Die Motoren-Tuning-Schichte ist das, was wir rausholen, wie es fahrbar ist, wie das Motorrad sich bewegt am Gas. Die Mechaniker von KMP Racing sind an einem solchen Rennwochenende vor, während und nach jeder Session permanent im Einsatz. Das Bike optimal vorbereiten, letzte Feinabstimmungen zusammen mit dem Fahrertreffen bis kurz vor dem Start mit am Gatter und während dem Rennen an der Boxenmauer. Und nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Ja, es ist auch mal stressig, aber wir können heute Abend trotzdem zusammen hier sitzen und haben einen Ross an, können zusammen lachen. Es gibt auch mal ernste Themen, ja halt dieses Familiäre. Und wenn man dann auch für einen Fahrerstart, der erfolgreich ist, dann macht es halt nochmal mehr Spaß, weil man weiß, dass man einerseits eine ordentliche Arbeit abliefern muss und andererseits aber weiß, wenn man das tut und alles passt, dass man Erfolg haben kann. Für die Ziele, also klar, ich möchte die ADZ MX Masters gewinnen, das ist meine oberste Priorität. Dann würde ich dieses Jahr auch gerne die tschechische Meisterschaft gewinnen, fahre ich auch und das ist natürlich für Honda auch super, für den Markt dort drüben Spaß haben. Und im Moment, ich sehe es ja eh Jahr für Jahr, weil ich bin jetzt der älteste Fahrer auch in der Serie. Das heißt, wie lange ich den Sport überhaupt noch mache oder machen kann auf dem körperlichen, das weiß ich im Moment nicht. Aber die Zusammenarbeit mit dem Team und mit Honda ist im Moment so gut, dass es wenig Sinn macht, aufzuhören im Moment. Und wenn man sich dort einig wird und ein gutes Paket zusammenfinden kann, dass es für beide Seiten passt, dann kann man das auch noch ein bisschen mit Längerem machen. Erlebe Max Nagel und KMP Racing hautnah auf einem der ADAC MX Masters Rennen. Das findest du auf kmpracing.de und bei Honda Deutschland.